so wunderschönen guten sonntag meine lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren update video zu bitcoin zu ethereum und zu sämtlichen all coins hier auf meinem kanal ich hoffe euch geht es gut ihr seid hoffentlich gut drauf ob da ein wunderschönes wochenende gehabt hoffentlich ich bin immer noch krank aber ich muss euch updaten letzte video ist schon ein paar tage her danke für alle die die stellung gehalten haben mir die treue gehalten haben aber gesagt ich konnte nicht hatte eine furchtbare angina mit fieber ich habe ganz tag nur ausstoß gehabt sagen wir es mal so ich konnte kaum reden ich habe kaum zwei wörter über die lippen gebracht jetzt geht es einigermaßen deswegen update video und wir haben keine zeit zu verlieren wir haben zwölf oder 13 märkte zu analysieren wir fangen an mit bitcoin vier stunden time frame was erwarte ich für die nächsten tage für die nächste für die kommende woche übergeordnet am szenario hat sich nichts verändert ich sag schon seit wochen und monaten dass der markt wenn er hoch geht ja wir hatten ja hier diese schwierige phase wo es nicht so schön aussah tut mir leid wenn ich ab und zu mal huste aber es geht nicht anders wir hatten ja hier diese schwierige phase wo es nicht so schön außer wo ich gesagt habe das gefällt mir nicht was der markt macht er hat danach diesen impuls bekommen dies in unser ziel level eingelaufen mindest anforderungen waren die 35.500 dollar hat den markt erreicht danach ist heruntergegangen hat angefangen so etwas wie eine bear flag zu bilden ist dann weiter nach oben ausgebrochen dieses szenario haben wir auch durchgenommen es war eine hold der line und da gehen wir auch gleich noch andere märkte darauf einen da ist nämlich genau das gegenteil haben wir fake hold der lines jetzt und zwar eine hold der line ist dieses szenario wenn wir von unten kommen ja wir hatten hier eine aufwärtsbewegung danach bilden wir gleich bleiben der heiß das hier dann ist die wahrscheinlichkeit wenn wir von unten kommen und higher lows bilden und gleich bleiben der heißt dass der trend fortgesetzt wird in die oben in die impulsgebende richtung sprich in dem fall impuls nach oben ausbruch kommt nach oben und danach habe ich gesagt schon wochen davor habe ich gesagt wenn der markt uns wirklich bullisch beweise liefern will dann sollte er in meinen augen die 38.000 us dollar anlaufen ist für mich die mindest anforderung dass wir sagen können okay der markt ist wirklich bullisch er hat uns hier nicht nur etwas vorgegaukelt wir sind wirklich bullisch unterwegs und was macht der markt geht genau hier auf die 38.000 us dollar hat hier jetzt mit 38.400 knapp noch mal ein neues higher high generiert aber es schwinden jetzt die kräfte sieht man langsam also es ist jetzt hier ein mehr ein kampf aber der markt hat genau das gemacht was ich erwartet habe wenn ich gesagt habe wenn der bullisch ist muss er sollte er in meinen augen die 38.000 anlaufen von jetzt kann jederzeit eine korrektur eingeleitet werden ob der markt das jetzt macht oder morgen oder in einer woche oder in zwei oder drei oder vier wochen ich weiß es nicht das kann niemand sagen ich kann auch nicht sagen der markt der markt wird das jetzt zu 100 prozent machen geht nicht jeder der so etwas erzählt ist ich sage es immer wieder ein charlatan es niemand kann dem markt vorhersehen es geht nicht es funktioniert absolut nicht niemand ich kann das machen was der markt mir sagt und der markt sagt mir hier schwindet die kraft langsam ziele erreicht eine korrektur ist jederzeit möglich und die wahrscheinlichkeit für eine korrektur ist für mich erhöhter als dass wir jetzt nach oben durchpappen auf die 50.000 us dollar in meinen augen natürlich kann der markt auch das machen aber es ist für mich eher wahrscheinlich dass wir jetzt in diesem bereich hier ja dieser bereich jetzt von 35.600 bis hoch knapp unter den 40.000 us dollar dass wir in diesem bereich eine korrektur einleiten wann sie kommt weiß sie nicht schocken werde ich diesen markt aber auf gar keinen fall ich für meinen teil wenn ich anschaut eingehen würde dann eher wenn wir hier runter gehen sollten dieses letzte low rausnehmen knapp 34.500 us dollar wenn wir das rausnehmen hier hochgehen und hier uns in einem entgegensetzten korrektur level konsolidieren dann würde ich frühestens dann würde ich ein short einnehmen dass ich dann diese bewegung nach unten in diesem zielbereich mitnehmen würde stand jetzt nicht shoppen ich bin aus bitcoin komplett raus gerade ich werde ja schon seit wochen nur noch altcoins sagt diese seitwärtsphasen ja diese leichte korrektiven phasen sagen wir es mal so sind idealer nährboden für alkohol trading da mache macht man die meisten gains ist halt so es ist nichts einfacher als das in solchen seitwärtsphasen korrektiven phasen alkohol zu traden gehen wir gleich darauf ein also bei bitcoin das szenario unverändert wenn wir korrigieren dann ist für mich dieser bereich von knapp 30.000 us dollar bis runter zu 27.000 us dollar der wahrscheinlichste bereich dass der markt wendet er sollte in meinen augen sollte er aber unter die knapp 30.000 us dollar fallen ob es macht weiß sie nicht es kann auch sein wenn wir hier ins nähere wissen gehen nach system in sehr bullischen fällen kann der markt auch bloß die letzte aufwärtsbewegung korrigieren bevor er weiter seine richtung voranschreitet und dieser bereich wäre dann hier wir uns letzte aufwärtsbewegung nehmen und uns unser fib nach system ziehen da seht ihr es hier machen wir es uns in blau dann wäre dieser bereich von 31.300 us dollar bis runter zu wie gesagt in 27.000 us dollar wäre der wahrscheinlichste bereich ich gehe eher davon aus dass wir die 30.000 normal anlaufen dass wir hier die liquidität abholen aus diesem order block und dieser order block geht ja genau von ja wie gesagt diesen 31.500 knapp bis runter zu den 28.500 us dollar dass wir uns in diesem bereich eher fangen werden und dann weiter richtung 40 50.000 hochgehen werden meine meinung nach das ist bei bitcoin soweit erstmal also für mich dieser bereich 31 3 bis runter zu 27.000 us dollar der wahrscheinlichere bereich dass wir wenn wir jetzt die korrektur einleiten ohne neue zeit zu generieren von hier aus dann nach oben weiter fortführen könnten sollten höchstwahrscheinlich werden ok soweit zu bitcoin erstmal es gibt nichts neues ethereum macht eigentlich auch genau das was ich gesagt habe wir hatten hier bei ethereum diesen trendkanal ja eine bull flag wenn man das sagen will wenn man das so nennt ich weiß nicht ich trade chart bitte nicht einfach aus dem grund weil es einfach scheiße ist es ist wie es ist entschuldigung leute ja wir sind auch hier bei ethereum in dieser internen blauen sequenz haben wir zu ende gebracht exakt am 200 extension level hochgegangen auf die 21 2135 seitdem konsolidieren wir hier korrektive abwärtsbewegung schauen wir mal mit dem letzten push nach oben haben wir das letzte heil nicht rausgenommen somit auch bei ethereum gehe ich nach wie vor davon aus dass wir von hier aus erstmal eine korrektur einleiten könnten und zwar in dem bereich von 1.803 us dollar bis runter zu 1.611 us dollar ethereum ist in der zählung noch nicht so weit wie bitcoin bitcoin hat diese sequenz schon fertig gemacht wo hier bei ethereum bei über den über 3000 über 3000 us dollar liegen würde aber ethereum tut sich da etwas schwerer als bitcoin schauen wir mal wie sich das die nächsten tage ausspielt und wochen auf jeden fall ist habe ich hier meine order platziert für einen long sollte den markt herunter gehen aber bei ethereum wie gesagt würde ich auch nicht shorten ich weiß auch nicht wann hier die korrektur kommt in meinen augen sollte sie kommen langsam aber wir haben hier hier eine andere preis struktur als beim bitcoin zum beispiel wenn wir es das hier anschauen das 38 2 mit rein nehmen dann sehen wir wir haben hier diesen bereich schon fast angelaufen hier mit diesem low also fehlt nicht mehr viel es kann sein dass ethereum jetzt bitcoin aufholt ich glaube es zwar nicht ich gehe eher davon aus dass wir hier runter gehen in dem bereich wie gesagt 1800 bis 1611 us dollar und sollten wir ein neues high generieren dann wird sich das hier natürlich nach oben mit verschieben aber stand jetzt sollte jetzt die korrektur eingeleitet werden ist das hier mein bereich wo ich mich lang positionieren sonst kann ich auch zu ethereum nicht viel sagen korrektur wahrscheinlich in meinen augen aber genau hier durchbauen wenn wir hier das letzte load ist ist bei uns das letzte hier rausnehmen dann kann es hier auch ganz schnell nach oben durchgehen wie gesagt wir sind hier mitten in einer bullischen übergeordneten sequenz da werde ich einen teufel tun den markt zu shorten weil der markt kann jederzeit ausbrechen über diesem high hier die 2150 us dollar wenn die rausgenommen werden dann kann es sehr schnell nach oben gehen richtung 3000 us dollar deswegen ganz gefährliches spiel ich gehe zwar davon aus dass wir eine korrektur sehen werden bei ethereum aber shorten werde ich den markt nicht ich werde den long sollten wir runter gehen wenn wir nicht runter gehen von hier aus weiter nach oben pappen noch besser mein heute portfolio wird es mir danken von daher warten wir ab was der markt macht die nächsten tage wir wie gesagt sollten wir korrigieren liegen meine orders bereit ob wir korrigieren weiß ich nicht kann niemand sagen ich betone es immer wieder ich werde es auch nicht aufhören zu betonen damit die leute einfach begreifen wie traden funktioniert traden funktioniert nicht indem man sagt das und das wird zu 100 prozent passieren sondern traden funktioniert wenn der markt mehr signale gibt und er sagt mir jetzt kannst du nicht positionieren jetzt kannst du dein geld reinwerfen jetzt kannst du gewinn machen dann mache ich das und nicht sonst irgendwas ja so es gehen wir auf die alkohol geschichten aber hier wunderschön aus unserem übergörteren bullischen trend wende bereich reagiert auch hier habe ich gesagt aber macht sich auf den weg so wie es aussieht diese große grüne bullische sequenz zu ende zu bringen er hat hier unser re entry bei nicht abgeholt diese lag bei 79 70 cent bis runter zu 62 sind der markt hat hier frühzeitig gewendet hat hier sowas wie einen doppelten boden hingelegt und seitdem steigen wir wieder man kann es auch hier als w pattern sehen neckline hier ausbruch nach oben und zack geht es weiter wie gesagt aber wir machen anscheinend er will diese große grüne sequenz zu ende bringen die hat nach wie vor die zieler wird bei 116 bis 132 us dollar ist möglich dass wir hier hoch gehen eventuell noch einen kleinen zwischenstopp mit einer kleinen korrektur und dann von hier aus weiter nach oben gehen ich habe meine long order positioniert jetzt in dem bereich für einen kleinen kurzfristigen long trade der liegt bei 93 us dollar bis runter zu 87 us dollar ich gehe davon aus sollten wir hier korrigieren dass wir von hier aus dann den letzten abruf nach oben sehen richtung ziele will und dann wäre auch eine größere korrektur hinfällig in meinen augen nach system und das wird auch wunderbar mit bitcoin ethereum passen dass die dann auch erst dann die große korrektur einleiten wenn sich die altcoins in ihre ziellevel aufgemacht haben zwar schon vor wochen oder ich glaube vor zwei wochen war das habe ich euch erklärt wann ich die korrektur erwarte bei bitcoin ethereum und ihr seht hier aber ist noch nicht im zieler lang gelaufen angekommen hier oben schauen wir mal ob sich das hier ausspielt wie gesagt meine longs liegen jetzt hier bereit für ein entry für ein wer schon im long hier drin ist ich bin es nicht ich werde mich hier erst einkaufen die ein long und dann schauen wir mal was der markt macht cardano cardano ist so ein kandidat er macht jetzt hier genau wie es jetzt vor bei bitcoin erklärt ab bitcoin war hier in einem bullischen hold the line ja higher lows gleich bleiben der heiß von unten kommt ausbruch nach oben wahrscheinlicher und jetzt ist cardano ein gegenkandidat wo genau das gegenteil passieren könnte oder wahrscheinlicher ist ja wir kommen hier auch von unten und bilden hier higher lows aber wir haben hier zwar auch gleich bleiben der heiß aber wir haben hier diesen einblick dass hier dieses high und nach diesem high bilden wir gleich bleiben der host das ist ein fake hold der line das haben wir schon ein paar mal auf meinem kanal thematisiert und ich glaube treffer code ist bis jetzt bei dem bei 100 prozent bei fake hold der lines und holt der lines nach system berichtet berichtet mich gerne wenn ich daneben liege aber soweit ich es im kopf habe waren bis jetzt alle fake hold der lines und hold der lines zu 100 prozent richtig von mir interpretiert also hier bei cardano wie gesagt ist hier durch dieses fake hold der line die wahrscheinlichkeit eher dass sie nach unten brechen ist wahrscheinlicher als das jetzt hier weiter nach oben gehen auch das würde zu bitkom interium passen dass wir hier schon die korrektur einleiten könnten bei cardano es werden von jetzt an geschmeidige 16 prozent ist okay für cardano wie gesagt hier sollten jetzt die korrektur einleiten ist möglicher long entry 32 cent bis runter zu 27 us dollar cent aber cardano ist für mich jetzt nicht der bullisch der markt ich habe eine longout das hier nicht drin ich es gibt für mich schnelle märkte strukturiertere märkte klarere märkte als cardano bei cardano ist mit diesem leichten higher high im vergleich zu unserem a punkt ist auch noch die möglichkeit dass wir hier eine komplette korrektur sehen die könnte dann runter gehen bis 25 us dollar cent aber es könnte dann nach wie vor genauso gut sein dass wir hier noch neue bärmarkt los sehen bei cardano deswegen ich beobachte diesen markt nur sollten wir dieses zu ende bringen und hier diese heiß rausnehmen bei knapp 46 us dollar cent indem wir hier diese weiße sequenz zu ende bringen ziele liegen bei knapp 50 cent bis hoch zu 55 cent sollten wir das machen und dann korrigieren nach unten ja sagen wir gehen jetzt hier hoch so was so und dann hier die korrektur einleiten und hier ein gkl dann würde ich mich long positionieren davor nicht davor ist kadano mir einfach nicht impulsiv genug ok soviel zu kadano chain link ist genau das gleiche wie bei kadano wir bilden auch hier ein fake hold der line und zwar auch hier ähnliches szenarium wir bilden hier dieses high danach kam der move nach unten wir bilden los stand jetzt ja sollten wir auch hier runter gehen ist immer noch ein halo aber wir bilden gleich bleiben der heiß das heißt auch hier ein fake hold allein würde auch mit meiner erwartungshaltung passen dass wir bei chain link die korrektur jetzt einleiten könnten zeitnah wir haben hier ziel level erreicht von dieser großen weißen sequenz wir haben deutlich überschossen wir haben das 300 extension fast angelaufen also training sehr sehr bullisch wie schon seit monaten sage ja die leute wo hier diesen einstieg verpasst haben wo ich wochenlang geprägt habe leute chain link ist mich einer der bullisten märkte glückwunsch an alle die das mitgenommen haben die anderen ist halt so entweder man hört zu oder man hört nicht zu und jeder macht sowieso das was er will und auf gar keinen fall das was ich sage ich mache nur entertainment also auch bei training ist die wahrscheinlichkeit jetzt größer dass wir nach unten hin ausbrechen dieses dreieck wird auch wunderbar passen mein szenario dass wir hier eine korrektur einleiten meine nächsten order liegen bei training bei 10 dollar 71 bis runter zu 7 26 für mich wie gesagt alles wunderbar was der markt hier macht er darf das genauso machen wie er es macht korrektur kann jetzt kommen meine nächsten orders liegen bereit sieht alles sehr sehr schön aus und verhält sich exakt nach regelwerk was der markt hier bei chain link beanstaltet sieht alles sehr sehr schön aus also wie gesagt chain link eher wahrscheinlich dass wir hier runter brechen und dann in diese in diesem trendwende bereich reinlaufen könnten die nächsten tage und wochen light coin hat auch hier aus unserem bullischen trendwende bereich hier nach oben reagiert wir sind reingelaufen übergeordnete muss mir jetzt bleiben keine zeit mehr übergeordnet sind wir hier reingelaufen wie schon wochen lang berechnet habe dass wir hier in diesem bereich von 67 bis 61 uhr ist das sein runtergehen und von hier aus dem baus nach oben sehen könnten oder wahrscheinlich ist dass wir den baum zu sehen der markt läuft auch jetzt nach oben hat hier ein neues high gebildet hatte dieses herausgenommen was sehr schön ist erstmal gut zu bewerten deswegen habe ich auch bei light coin ich bin hier schon in einem long drin ich werde meinen long hier hoch skalieren in dem bereich von 68 us dollar sind von 68 us dollar bis runter zu 66,5 us dollar also genau genommen 68,6 bis 66,5 us dollar werde ich mein long hoch skalieren und schauen was der markt da auch hier gehe ich übergeordnet davon aus dass wir bei light coin erstmal hier diese sequenz zu ende bringen sollten sie level 83 bis 89 us dollar schauen wir mal ob der markt das macht ist für mich aber wie gesagt nicht der bullisch der markt ich gebe dem markt hier nur diese chance dass er hier aus seine sequenz zu ende bringt dann wäre er übergeordnet für mich bullisch aber es gibt wie gesagt schönere märkte aber ich will den markt die diese chance geben dass er hier runter geht und von hier aus noch mal den bauers nach oben probiert und ins ziel level rein läuft übergeordnet matic auch er hat genau das gemacht was ich von ihm erwarte wenn wir uns das hier anschauen wir hatten hier einen großen impuls nach oben der markt geht runter korrigiert genau in diesem bereich wo ich euch auch wochen lang berechnet habe und zwar die 73 cent bis runter zu 59 us dollar cent wir hatten auch hier eine erste reaktion jetzt hier zielle erreicht hier von dieser grünen von dieser roten box perfekt mitgenommen deswegen können sie jetzt auch löschen ziele erreicht von den bärischen jetzt konsolidieren wir hier wir haben hier einmal reagiert aus dem 50 level nach oben aber noch nicht so stark genug dass der gesamte bereich reaktiviert wäre deswegen sollte matic jetzt runter gehen ist für mich dieser bereich hier ab 70 cent interessant bis runter zu 59 us dollar cent zum traden stand jetzt gehe ich davon aus dass der markt hier tiefer geht mein stop loss liegt schon auf dem entry sollte ich ausgestopft werden sollten wir hier wirklich auf die 73,8 us dollar cent runter gehen bin ich draußen meine nächste auto liegt dann wie gesagt bei 70 cent schauen wir mal ob sich das hier ausspielt bei matic sieht aber insgesamt alles nicht so schlecht aus was der markt hier insgesamt gemacht hat er sollte sich hat es nur auf stabilisieren bevor der nächsten abwurf starten sollte qnt auch qnt läuft wunderschön nach system auch wochenlang genauso berechnet was er genau jetzt macht wir hatten hier unseren einstieg bei knapp 94 us dollar habe ich genau ich habe damals gesagt wurde markt reagiert hat diese levels die 98 bis 96 us dollar sind für mich nicht mehr relevant weil wir haben ja war nicht genug abruf gehabt mich war dieser bereich von 94,8 us dollar interessant zum traden hier hat meine auto was macht der markt sticht kurz rein jetzt hier auf dem 4 stunden time frame sticht rein und dann sofort die reaktion nach oben grüne kerze nach oben neuer kerzenschluss oberhalb vom letzten kerzenschluss und zudem sehen wir hier eine starke aufwärtsbewegung interne ziele sind erstmal die 107 bis 109 us dollar sollte der markt auch hier anlaufen und zu ende bringen dann sind wir auch hier etwas bullischer bei qnt weil hätten wir hier diese heiße ausgenommen und sieht alles nicht so schlecht aus schauen wir mal was der markt macht auch hier bin ich in einem long wie gesagt schon drin ich werde auch bei qnt sollten jetzt hier die kleine korrektur weiter fortführen werde ich eine meine long position etwas hoch skalieren und zwar in den bereich von 101 us dollar bis runter zu 99 us dollar werde ich meine long hoch skalieren und wird hier wieder bei 107 us dollar meine position schließen das reicht mir vollkommen wunderschön was der markt hier macht gehen wir noch auf solana solana ist einer der bullisten märkte übergeordnet haben wir auch hier meine blaue sequenz wo ich auch monatelang für euch eingezeichnet habe ich gesagt habe sollte bei solana der ausbruch kommen ist für mich solana einer der bullisten märkte überhaupt im krypto markt und was sehen wir hier super impuls nach oben mega mega games hier auch hier bei solana ähnlich über training das 300 extensions level fast angelaufen super bullischer markt in meinen augen wochen lang und monatelang gesagt diese bereiche sind interessant zum einsteigen fürs hordelportfolio für long trade einstiege wie gesagt die leute wo das hier mitgenommen haben herzlichen glückwunsch die anderen beim nächsten mal ist halt so ich kann es nicht ändern also aber auch hier jetzt egal wie bullisch der markt ist ich erwarte hier eine korrektur jetzt langsam bei solana es spielt sich auch erstmal wunderschön aus müssen wir gucken ob das auch so beibehält wir sind hier in einer bärischen sequenz haben hier auch das pc korrektur level angelaufen haben uns jetzt hier übers wochenende beziehungsweise seit donnerstag seit mittwoch schon haben wir uns hier in diesem pc korrektur konsolidiert dieser bereich geht von 56,7 us dollar bis hoch zu 59,8 us dollar auch hier gehe ich davon aus dass wir bei solana erstmal eine korrektur sehen sollten spricht erstmal alles dafür die level liegen bei 39 dollar bis zu 33 dollar überschneidungsbereich mit unserem bullischen trend wende bereich das können wir hier auch noch zur seite machen ja das können sie noch ein bisschen ziehen also überschneidungsbereiche mit unserem bullischen trendwende bereich diese blaue box hier unten ich werde mich bei solana wieder long orientieren in dem bereich von 38 us dollar bis runter zu 20 us dollar ja und ich weiß jetzt schon es wird genauso kommen es werden irgendwelche news kommen bei solana oder bei anderen märkten ist egal wo der markt wird jetzt hier korrigieren leute kriegen panik und alle leute wo sagen bei solana bei 20 us dollar verpasst einzukaufen die werden hier genauso wenig einkaufen in diesem bereich so funktioniert immer die markt weil dann kommt irgendwas und dann sagen alle boah jetzt geht sogar auf die 10 dollar jetzt kracht zusammen es geht es auf die fünfte es geht auf die 10 cent keine ahnung was und wieder wird hier oben ich sage weniger als die hälfte werden hier wieder einsteigen es ist 100 prozent so werden es dann sehen wir soweit ist es ist immer das gleiche spiel immer wieder faszinierend zu beobachten ja also ich erwarte auch hierbei solana erstmal eine korrektur musste markt das machen nein muss ja nicht ich bin in einem short ich bin drin mein einstiegspreis lag bei 58 us dollar bin ich also wie gesagt leicht in der profits mein stop loss liegt hier knapp bei 61 us dollar glaube ich müsste ich noch mal gucken stand jetzt bin ich im short drin sollte ich ausgestopft werden der markt weiter nach oben durchziehen ist halt so gehört für mich dazu ich bin in vielen anderen altcoins long drin das heißt wenn der markt jetzt allgemein weiter nach oben pusht weil ich auf jeden fall games mitnehmen mit den anderen altcoins von daher ist es für mich kein risiko dass sie zu shorten vor allem weil wir hier einfach bergische strukturen haben mir jetzt besser gefallen würden hier auch dieses letzte lau rausnehmen bei 51 dollar hat der markt nicht gemacht deswegen ist es immer noch etwas vorsichtig zu genießen das bergische aber es macht für mich sinn und von daher bin ich short in solana xrp auch xrp haben wir hier wochenlang diese einstiege durchgegeben berechnet diese einstiege lagen bei 58 us dollar sind bis runter zu 48 us dollar markt gehen schauen wir uns auf den stundenteil für mann markt hat hier übergeordnet diese sequenz gefinished unser c level hat er angelaufen auch hier halbwegs gute ausgangslage für die bullen was wir hier so weit hoch gegangen sind mir jetzt besser gefallen hätten wir hier diese diesen grünen kasten überschossen in dem bereich von 80 80 cent wäre optimal gewesen egal danach ist der markt korrigiert hat uns hier abgeholt bei 58 us dollar sind seitdem sind wir im long drin auch hier ähnliche spiel wie bei light coin glaube ich war das ja haben wir hier dieses high rausgenommen leicht auch hier bei xrp dieses high leicht rausgenommen deswegen nächster möglicher long einstieg wer diesen einstieg verpasst haben sollte liegt bei 60 cent bis runter zu 58 us dollar sind schauen wir mal ob der markt hier soweit korrigiert aber das ist mal schön zu bewerten bei xrp dass wir diese heiß rausgenommen haben und von mir aus kann die reise weiter nach oben gehen bei xrp wie gesagt kurzfristige trades ist dieser bereich hier möglich sollten wir kein neues high generieren 60 cent bis runter zu 58,6 us dollar sind und danach schauen wir mal was der markt weiter macht sieht aber auf jeden fall nicht ganz so schlecht aus und ich würde sagen das war's damit im update video werden dir dieser content gefällt und du dem markt voraus sein willst und super einstiege haben willst oder die etwas andere chartanalyse dann unterstützt doch gerne mal oder die etwas andere chartanalyse dann